Hey, hinter mir! Ich bin gerade noch runtergekommen. Das ist genau das gleiche Schiff, oder? Gleiche Bauweise, ja. Oh, Tim, Hilfe! Was ist das denn für ein Monster gewesen? Ich habe nur 185 Leben. Geht diesen einfach mal weiter. Oh, Tim, hinter mir. Gut, weiter. Hier ist ein Sauerstoff-Tank. Hier ist ein Sauerstoff-Tank, sehr gut. Dann scheint das hier eine Nebenmission zu sein, die man extra rausfinden musste. Dieser Scheiß... Wow! Noch einer. Okay, komm, hier ist... Ich bekomme dieses Gaffs nicht auf. Bei mir klappt es. Okay, aber du kannst den Herzschlag als Anzeichen dafür nehmen, ob irgendwer in der Nähe ist oder nicht. Lass mich durch! Geh mal da hinten nicht, ich bekomme es nicht auf. Ich habe es auf. Wo lang weiter, bevor uns die Luft ausgeht, oben lang. Hinten mein Leben, ich verliere Leben. Wodurch? Ich weiß es nicht. Hier hinten durch, komm! Wo lang? Hier, das war so eins nur zu zweit rein. Oh ja, sehr gut. Diese Ressourcenräume sind immer top. Komm schnell raus. Oh ja. Du hast mehr Leben als ich. Hier durch? Ja. Warte auf Partner. Wir haben noch genug Luft. Zum Glück. Hä, was bringt das hier? Ach, das war ein Aufzug. Ja, ja. Wie ich... Sehr schön. Ich habe noch zwei Minuten. Ich auch. Etwas mehr. Ey! War da was drin? Da ist ein Sauerstofftank. Hier ist ein Sauerstofftank. Gut, ich warte. Geh schon mal vor. Und jetzt? Oh, die Teile... Oh! Ah, hier ist eine Treppe. Ich lade nur nochmal auf. Ja, ich auch. Kommst du? Bist du auf der Treppe? Ich bin gleich da. Äh, auf der Treppe frage ich schon. Weiter. Ja, dann geh. Ich bin schon. Ich komme nicht runter sonst. Ich bin schon weg. Ich habe was. Ich habe Explosionsmodul. Oh! Sie müssen mir helfen. Scheiße, Alex. Ja, ich mache... Ich kann gerade nicht. Okay, ich bin tot. Eee, eee, eee. Ich kann nicht mehr lange. Ja, ich versuch's, ja. Ich fürchte, das wird ein Tod. Oh! Sie müssen mir helfen. Deine Hilfe. Ich auch. Aber da ist ein Explosionsmodul drin, Tim. Ich weiß nicht, was das bringt, aber ist Wenzel noch da? Nein! Ah, okay. Ich bin zum Wenzel. Ja! Ja! Gut, dann können wir das jetzt schlauer angehen. Darum werde ich dieses Teil hier mitnehmen. Welches Teil? Da unten sind auch welche. Ja. Die sind richtig. Hier waren gerade eben Monster, oder? Ja. Komm, bitte rette mich. Halte mir die Monster fern. Nein, ich kann das Explosions... Wow! Tim, bitte. Shit. Sag mir Bescheid, falls du Hilfe brauchst. Shit. Es wird sehr brenzlig. Komm, lieber. Ja, ich kann nicht. Wieso wurde ich... Das heißt, wir warten, bis wir da hingehen und töten erst mal alle, oder? Ich bin gestorben. Dann warten wir, bis wir da hingehen und... Wie? Hä? Ich bin gestorben. Ja, ich weiß, aber dann stand der Abbruch, ich bin wieder reingekommen oder sowas in der Art und dann bin ich wieder raus. Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich bin richtig gestorben. Mir hat ein Arm gefehlt. Hä, wie das? Naja. Hier sind Explosionsdinger. Wie wär's mal damit? Jaja, eben. Und hier ist das Explosionsmodul, aber ich kann's nicht nehmen, wieso auch immer. Wo? Hier, direkt an der Leiter. Da ist auch eins. Das Explos... Äh, wo sind denn die Monster? Ich hab nichts dagegen, dass sie jetzt weg sind. Und ich hab keine Ahnung, was ich hier machen muss. Jetzt kommen sie. Na toll, dann beschütz mich. Oh, Tim, ich kann nicht. Ah. Shit. Scheiße, 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 scheiße. Das wird knapp. Ich bin tot. Ich hab hier meinen, meinen Abstandshalter. Shit. Alex, kümmere dich drumherum. Ich versuch das hier mal. Was muss ich tun? Ah, okay, ich hab's verstanden. Was? Da ist das wieder. Es kommt von irgendwo aus diesem Schiff. Wovon reden Sie da? Die Übertragung. Hören Sie das nicht? Ich empfange nichts. Können Sie es orten? Ja, ich passe unsere Wegpunkte an. Kommen Sie. Bist du drin? Wie lang brauchst du noch? Hab's gleich, ich hab's gleich. Ah, verdammt. Was ist los? Ich hasse dieses Minispiel. Hey, da war ein Minispiel. Erster Punkt. Mal wieder hacken. Hey, ich war da dran und hatte da gar kein Minispiel. Hm. Ich hab's geschafft. Luft. Hast du das Explosionsmodul aufheben können? Ah, jetzt kann ich's nehmen. Sehr gut. Wo war's? Hä? Ich hab's nicht nehmen können. Wo ist es denn? Willst du nicht angezeigt? Grad nicht. Boah, nee, sag nicht, dass du alle coolen Sachen angezeigt bekommst. Nee, du meintest doch am Anfang, du hättest das gefunden, oder? Ja, das war vorne drin. Dann hast du's vielleicht genommen. So kann man's natürlich auch machen. Okay, lass uns zurückgehen. Ein Moment. Du machst das mal. Danke. Oh, warte mal. Jetzt können wir. War da was drin? Eigentlich halb. Boah, warum bist du dann gefahren? Waren wir hier oben? Los, was hier ist. Da waren wir schon drin. Sicher? Da sind wir doch her. Oder? Nein, warte. Sicher? Ich hab aufgemacht. ja da sind wir hergekommen okay hast recht ich heile mich immer und ich muss nicht heilen will das ist ein bisschen nervig das kenne ich der anzug hat auch mehr inventar gebracht das ist gut zu wissen echt aber deutlich mehr doppelt so viel was Tim Oh, auf dem Boden Ah, scheiße, Ups, ein Piech Wollang müssen wir denn? Ich weiß es nicht, lass uns nachschauen Hier geradeaus durch Ja, hier hinten ist noch eine Tür, wo wir noch nicht drin waren Okay, auf geht's Glaube ich, oder? Ich sammle hier noch Zeug ein Ist das eine Sackgasse? Ja, aber hier ist Zeug drin Sehr gut Datenbank Schön So Dann let's proceed Ja Wir sammeln noch kurz mein Zeug ein Dein Anzug ist hässlich Leck mich Deiner ist hässlich Nö Und, oh Hä, was denn hier? Was ist das? Oh, Tim Ich nehm das link hier Kommst du bitte dran? Was ist denn da? Oh Iiii Nicht Idi Sondern Iiii Ach, scheiße Man kann nur die vorgefertigten Wege Nein Ach, Mann Das lief ja gut Okay, ich nehm unten Ach, sorry Das ist die größte Scheiße Die ist echt scheiße Geh vor Das ist die schweres Merkig Wow Das war jetzt schwer Was für eine Herausforderung Wir haben es immerhin einmal verkackt Okay Nicht danach Wir gehen erstmal Wir schauen erstmal hier Ja, bin ich auch für Ja Ja